Hallo und herzlich willkommen zu Blockbuster, eurem Kanal rund ums Thema Filmen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja genau, es gibt eine Review von mir zu dem Film Nightmares. Der ist mir von Pierre LeFou und Public Inside ORG als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt worden. Vielen, vielen Dank dafür. Mich wirklich gefreut. Ich war auch sehr gespannt auf den Film. Der war unter anderem irgendwie auch beim Fantasy Film Fest und so. Genau, da hatte ich ein bisschen was von gehört. Und ja, ich habe mir den auch so schnell wie möglich angeguckt. So ein bisschen was zur Story, ohne zu viel zu spoilern. Es geht da einmal um Mona und Robbie. Das ist ja ein ziemlich junges Pärchen, dass sich ja so eine günstige, aber heruntergekommene Apartmentwohnung kaufen, in dem wohl aber eine junge Frau gestorben ist, ums Leben gekommen ist. Ja, deswegen war die Wohnung auch was günstiger und wie konnten sie sich die leisten. Und ja, nachdem sie dann irgendwie angefangen haben, so mit den ersten Renovierungsarbeiten, fängt dann auch irgendwie so bei Mona an, so äußerst intensive Albträume aufzutreten, ähm, die sie dann irgendwie so, ja, die von der Realität irgendwie kaum noch zu unterscheiden sind. Und, ähm, das wird so krass, dass sie sich dann tatsächlich, äh, ärztliche Hilfe sucht und dabei dann irgendwie eine Vermutung aufkommt, dass sie eventuell von einem Dämon, äh, besessen sein könnte. Ja, mehr würde ich auch gar nicht dazu sagen, ähm, sonst wäre es zu viel Spoilerei, das möchte ich nicht. Das ist jetzt so, so, ja, die, die Grundstory an sich halt und, äh, meine Meinung dazu, ähm, ich muss tatsächlich sagen, mir hat der Film sehr gut gefallen. Gerade diese, ja, so eine kühle, skandinavische, äh, ja, Horrorgeschichte irgendwo, die ist mir doch dann relativ, äh, gut unter die Haut gegangen. Ähm, dabei waren irgendwie halt diese, ja, so eine verstörende Atmosphäre war dabei, die dann irgendwie so was Beklemmendes in mir, äh, auskommt. Ich habe das, wenn ich das vergleichen könnte, so ein bisschen bei, äh, Nightwatch Nachtwache gehabt, obwohl da gar nichts mit dem Film zu, aber so von der Atmosphäre her war es so teilweise so dieses beklemmende Unwohlsein, was ich da irgendwie, äh, ja, gespürt habe, ja. Ich meine, das ist bei jedem anders, also bei mir hat es das tatsächlich ausgelöst und das wirklich durch, also wirklich die komplette Laufzeit des Films über, ja. Und da hat mich auch tatsächlich richtig gut gefesselt, obwohl ich sagen muss, dass die Story dann so ab einem gewissen Zeitpunkt, ja, etwas auf der Stelle gestanden hat. Ja, also da ist nicht wirklich, es gab keine Steigerung mehr, ja, da ist dann wirklich so, ist dann irgendwo dabei geblieben. Aber, ähm, ich war trotzdem so gespannt auf das Ende und ich fand auch, ähm, dass die, die Schauspieler wirklich überzeugend, überaus überzeugend gespielt haben. Und das hat das Ganze dann irgendwie trotzdem für mich am Laufen gehalten, ne. Und ich muss noch dazu sagen, das Ende war dann für mich dann auch nochmal so extrem schockierend, äh, und hat mir wirklich noch so einen richtig faden Beigeschmack, äh, hinterlassen, ja. Also, ich fand den echt gut für die, die jetzt irgendwie so auf Schockmomente oder so warten oder darauf stehen, äh, das bietet der Film nicht. Der ist wirklich so atmosphärisch und langsam erzählt und hat mich, ja, hat mich einfach gepackt irgendwo, ja. Ich habe dem Ganzen dann 7 von 10 Punkten gegeben und, äh, ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt weiterreden, äh, gucken wir uns doch einfach mal so ein bisschen auch das Booklet mal an. So, da haben wir hier die Mediabook-Edition und zwar ist das von Pierre Lefou, äh, die Uncut-Version 37. Das ist halt so eine Uncut-Reihe, die die rausbringen. Ich finde auch das, das Front, äh, Cover super gemacht. Manche Albträume enden nie, überall die Hände, die da irgendwie hinpacken. Ähm, genau, dann den Spine, wo dann auch Nightmare und auch nochmal hier Pierre Lefou Uncut, äh, Nummer 37 dabei ist. Und dann hier einmal auf der Rückseite. Genau, einmal hier hebelt die Grenzen zwischen Traum und Wachzustand gekonnt aus. Sagt der Guardian. Ähm, hier steht auch nochmal die Demittierung-Summa, es gibt 2000 Stück davon. Das Ganze ist dann über Pierre Lefou halt rausgekommen. Hier auch nochmal einmal DVD und einmal Blu-ray dabei. Welche Sprachen hat Deutsch und Norwegisch bei beiden? Untertitel Deutsch jeweils. Die Laufzeit, ähm, der DVD sind 96 Minuten. Der Blu-ray 100 Minuten und das Bildformat der DVD ist 2,35 zu 1, also 16 zu 9. Und der Blu-ray dann, äh, 2,35 zu 1, äh, 1080p. Das Ganze ist dann ab 16. So, dann gucken wir mal rein. Dann sehen wir hier schon direkt die DVD-Disc. Die farblich jetzt nicht so ganz, äh, ja, zu dem Blau passt. Das ist jetzt hier so ein Rot. Wobei, ich finde schon, dass es dann so ein bisschen sticht. So soll es wahrscheinlich dann auch sein. Hier haben wir auch nochmal ein, äh, ja, ein Poster dazu. Ja, hier auch nochmal, ich halte das mal hoch. Neidmeer. So. Auch cool gemacht. Und dann gucken wir uns doch mal das Buklet ein wenig an. So, jetzt muss ich aufpassen, dass mir das hier nicht umgibt. Genau, Neidmeer. Dann hier auch nochmal Schattenspiel der Psyche. Auch hier nochmal Bilder, wie es dann, also es ist auch, ich muss auch sagen, der Film ist relativ dunkel gehalten. Klar, ne, wenn man schläft, man schläft meistens nachts. Also, wenn man, ich sag mal, im Normalzustand. Und da ist es halt auch dunkel, ne. Und dann, das passt aber auch eigentlich irgendwie alles so dazu. Ne, weil, ja, hier ist auch ein bisschen blutig, sieht man da. Genau, hier auch noch weitere Bilder. Also, ich habe jetzt nicht alles gelesen, aber es geht halt auch viel um Träume und, äh, auch teilweise um, ja, möchte ich jetzt nicht sagen, sonst spoiler ich eventuell zu viel. Ne, das Interview mit dem, mit der Regisseurin. Und dann, ja, nochmal hier hinten, das irgendwie von Deadline, das Filmmagazin und die Blu-ray dann dazu. Ach, ja, dann habe ich eben gesagt, was am Anfang wäre, die Blu-ray, das ist die DVD und hier ist die Blu-ray. Ne, man sieht das ja halt hier, das sticht sich halt total. Also, es ist eigentlich alles so blau gehalten, bis auf Nightmare dann halt hier dann in Rot. Ich finde die Edition gut, ist gelungen, der Film war super. Was, was will man mehr? Das zu Nightmare. Ja, das Ganze kommt dann, äh, ja, von Pierre Lefou am 27.06.2024 auf den Markt. Für alle die, die jetzt, äh, hellhörig geworden sind, ähm, ich habe bei mir in der Beschreibung auch nochmal die Links einmal zur Homepage von, äh, Pierre Lefou und auch einmal zur Facebook-Seite von, äh, Pierre Lefou. Da könnt ihr auch gerne nochmal gucken, die haben auch Trailer, anderes Bildermaterial, andere Kurzinhalte. Guckt da gerne mal rein, wenn ihr möchtet. Und, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zugucken. Ich sag einfach mal, ja, lasst mir gerne ein Kommi da, ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat, gegebenenfalls ein Abo, um nächste Videos nicht zu verpassen. Und in dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Blockbuster. Ciao.